so leute herzlich willkommen zu einem neuen video wir sind jetzt am palast angekommen palast des einzig wahren königs immer gespannt was uns hier erwartet checkpoint ich gehe mal dran ich würde gerade richtig auseinander genommen draußen bevor ich hier reinkommen bin heilen wir uns mal schnell so schauen wir uns mal um sieht jetzt nicht so groß aus aber irgendwas muss hier doch geben geht es tatsächlich auch direkt weiter schaut euch das mal an woran führt das mich fragezeichen fragezeichen ja die habe ich auch im kopf und die schießen pfeiler gefährlich gefährlich aber eine seltsame truhe austau aufgewertet eine tür okay die ist verschlossen die tür ist verschlossen wie können wir können nur diesen einen weg nehmen echt seltsam im letzten video zeige ich auch wie ich hierher gekommen bin und jetzt sind wir am salon des postulanten angekommen ich muss mir das einmal anschauen ich muss mir das einmal anschauen heute so wir waren hier und sind jetzt hier angekommen okay also ich bin der meinung dass es ein secret bereich ist weil wie wir da hoch zum palast angekommen sind also wie wir da hingekommen sind war nicht so einfach es war nicht so einfach es war nicht der normale weg gewesen deswegen erwarte ich hier was schönes echt hübsch aber ich vertraue diesem ort nicht ja ich auch nicht tatsächlich da sind die ersten gegner schnell besiegen vor die uns sehen und angreifen war es nur einer als kann es sein aber da ist ein okay wenn es da einen gibt dann gibt es auch hier einen zack weg so vier ne drei bereiche die miteinander verbunden sind dann fange ich links an dann fange ich links an Leute ja ich hasse die ich hasse die die sind auch richtig stark schaut euch jetzt mal an wie viel schaden die machen echt kein spaß nein der ist nicht gestorben so viel spaß was auch von hinten eine sekunde wir werden spaß haben definitiv bestimmt tausend gegner äh okay also ich weiß noch nicht was uns hier erwartet Leute aber das scheint so als gäbe es hier ein rätsel dann werden wir mal ein bisschen schneller hier zack so etwas ähnliches hatten wir auch im hauptgen gehabt genau die da diese verschlossenen türen wo wir schach spielen mussten leute könnt ihr euch erinnern ja man das ist es doch ja man ich weiß halt nicht ob es jetzt was neues geben wird weil manche level haben wir schon gesehen gehabt zum beispiel äh wallofen war es das war 1 zu 1 auch im hauptgame gewesen ich verstehe nicht wieso das jetzt in die erweiterung reinpacken konnten die kein anderes zwischen level schnell mal designen das habe ich nicht verstanden ehrlich gesagt da unten geht es weiter alles andere ist wahrscheinlich versperrt ne hier geht es auch weiter ich möchte erstmal alle besiegen die hälfte meine kugel treffe ich nicht so schnell sind oh das kam unerwartet und ciao ok hier geht es nicht weiter hier geht es weiter da ist schon etwas Llanes gegen das schmerzlosen gelassert ok kenne ich nicht dann das muss ich ersetzen vielleicht ist etwas Gutes wenn graue Gesundheit aktiv ist erhältst du Hass kam also schlecht eigentlich jetzt ist es aber weg ist es das? ne nein jetzt ist es weg ich hasse das dass man das hier nicht äh richtig orten kann alter na egal es war jetzt nicht so perfekt gewesen aber besser als das was ich gerade ausgerüstet habe deswegen hätte ich es schon geswitcht naja alter legt mich an Bobbes komm her ja oh mein Gott mein Hund hat geregelt ähm also wenn es so ist wie im Hauptgame dann können wir nicht alle Belohnungen looten ihr braucht einen zweiten Team Member der euch hilft einer muss im Schachspiel unterwegs sein und der andere muss die Türen betätigen sozusagen beziehungsweise die Geheimangänger betreten wenn die auf sind hier gibt es wieder Älger und ein Eigenschaftspunkt ok irgendwo einen kleinen Bossi da ist er schon komm und ciao oh Blumenkristall gedroppt nice hier ist eine Truva zack nice 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 hier kommen wir nicht weiter da kommen wir wahrscheinlich auch nicht weiter oder? doch irgendwo muss ich doch diesen Schachspieler finden oder ist es hier doch anders naja kann ich irgendwas abschießen? da geht es nicht weiter habe ich gesagt na? no boah Leute ich weiß nicht ist der Schachspieler hier? ja man das ist echt dasselbe so ja aber wenn ja wie gesagt wenn es dasselbe ist was wir da vorgesehen haben dann heißt das dass wir nicht alles Duschlooten werden können ich bin mal gespannt ob ich den überhaupt besiegen kann oh Gott oh mein Gott ah ok let's go ja ja welche Farben sind meiner? ich glaube ja oder? ja ok kurz mal überlegen hier ey ey du hast doch verloren ey du hast doch verloren mach ich es mal so runter runter hoch ah ich bin so dumm ich habe es erst später gemerkt warte oh das ist nicht einfach Leute haha man denkt immer das ist einfach aber ich habe es nicht aha 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 probiere ich es mal so nein er hat mich schon wieder dasselbe Fehler gemacht oh mein Gott wie kann man so dumm sein kann ich abbrechen? ne kann ich nicht ich muss verflucht werden hahaha wie kann man dieselben Züge wieder machen das gibt es doch nicht oh Gott oh Gott ja ok komm gib es mir du Drecksack ja halt's Maul ok jetzt aber so ich muss so gehen wir mal so rum wenn ich nee dann dann habe ich keine Bewegungsfreiheit mehr so vielleicht so probieren wir es mal jetzt habe ich euch oder? habe ich euch? ah fast fast wenn ich den hier mache hm hm das ist nicht einfach tatsächlich oh ne oh der hat mich wieder oh oh ich habe das nicht gecheckt der hat mich wieder oh Gott tut es weh noch ein Versuch noch ein Versuch noch ein Versuch noch ein Versuch ich muss mich erstmal befreien das ist das wichtigste ich muss erstmal den hier benutzen ok ich probiere etwas der geht jetzt da hin wenn ich das nicht mache hat er mich zack jetzt wäre ich sogar kurz davor zu gewinnen aber der hat mich hm wenn ich da hochgehe kommt der der runter wenn ich da hochgehe kommt der runter also mache ich was anderes wenn ich da hochgehe kommt der runter hat aber nichts davon wenn ich da hochgehe kommt der oder der dahin hat auch nichts davon hm ich kann mich sperren den einen ein was habe ich falsch gemacht ich habe das Gefühl dass ich was falsch gemacht habe ich glaube so muss es sein ja 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 ich muss ihn jetzt gefangen nehmen irgendwie warte ich hab's hab dich hab dich verarscht Quest abgeschossen angesichts der Gefahr neues Attribut nice Leute nice angesichts der Gefahr ah das war ein Level ab gewesen oder angesichts der Gefahr ja nice das hast du davon oh hier ist was was ist das der Postland jeder kennt den Postland jene stumme und mysteriöse Figur die nichts tut jedoch am Tisch sitzt und die aller albernes Spiel spielt jeder weiß wer er ist und was er tut aber niemand weiß warum er es tut ich werde der Erste sein der seinen wahren Zweck enthüllt der Postulant wieso sind diese Buchstaben ö b b ü so ok und es geht noch weiter mit diesen komischen ah das sind die Umlaute vielleicht deswegen ich verstehe das Spiel jetzt genug das Ziel ist 3 in einer Reihe aber natürlich nicht auf der Anfangsposition es ist eigentlich ein Spiel für Kinder warum würde ich der Postland so sehr für die Spiele interessieren es kann nicht das Spiel selbst sein dient er einem rätselhaften Meister steht er unter einer Art Strafe oder vielleicht liegt sein Interesse gar nicht am Spiel vielleicht beobachtet er seinen Gegenspieler genau wie ich ihn jetzt beobachte er hat auf keine meiner Fragen Sticheleien oder Beleidung reagiert es ist als würde ich für ihn gar nicht existieren die Spielvogeln könnten sich auch allein bewegen so wenig beachtet er mich allerdings habe ich ihn noch nicht geschlagen vielleicht betrachtet er mich als unwürdig meine Niederlagen sind natürlich zu erwarten er muss dieses Spiel hunderttausend vielleicht Millionen Mal gespielt haben ok der trügerische die trügerische Lösung verdammt auch wenn das Spiel ganz einfach ist kann ich ihn doch nicht besiegen zuerst schob ich das auf seine Erfahrungen oder möglicherweise eine Regel die ich noch nicht verstanden hatte aber jetzt verstehe ich das Spiel vollständig ich habe seine mathematische mathematisches Ausmaß erkundet ich kann jede mögliche Kombination sehen doch kann ich nicht gewinnen ok ich werde ihm diese Genugtuung nicht geben wenn er ihn mogult dann werde ich herausfinden wer das macht ich werde ihn besiegen und dann werde ich endlich endlich ein Gefühlsregen und seinem arroganten Gesicht also er wird mich nicht mit seinem Kinderspiel besiegen so anscheinend wurdest du aber sehr oft besiegt mein Lieber ja wir haben auf jeden Fall jetzt das Ding hier bekommen das gefällt mir königliche Jagen auf plus 1 aufgewertet ja anscheinend gab es den Bogen auch im ersten also ohne Update und jetzt haben wir den Bogen nochmal erhalten deswegen wurde es auf plus 1 aufgewertet ja ja ok wie gesagt wir können nicht alles Duschlooten ihr braucht jemanden sonst geht das nicht man muss die ganze Zeit mit den Schachtfiguren rumspielen damit alle Türen aufgehen der eine lootet der andere ist am Schachtbrett und ihr müsst über Discord kommunizieren können oder irgendwie anders Hauptsache ihr hört euch gegenseitig oh ist aber neu und ich muss aufpassen ich hab nicht mehr so viel Leben nein oder der Drecksack und tschau was ist das? ne das ist aber neu Körperschutz erhalten königlicher Brustschutz der Fae königliche Beinchen der Fae königliche Kopfverdeckende Fae nice das ist neu wow wow Allah sieht das geil aus schaut euch das mal an wow die Werte sind jetzt nicht perfekt aber er sieht geil aus gefällt mir ich muss das aber nochmal langsam ganz genau anschauen Rüstung 15 was hat das Beste 21 aber das wiegt halt nichts ne schaut euch das mal an das wiegt halt nichts 26,4 Rüstung 60 naja das wiegt halt nichts naja wir laufen mal damit rum sieht nice aus auf jeden Fall hier ist die Tür zum Beispiel verschlossen jetzt müsste ich zum Beispiel hinten sein und äh damit rumspielen damit die Tür aufgemacht wird aber da ich alleine bin geht das nicht so hier hinten waren wir noch gar nicht und da hinten schau mal Luki Luki komm ich nicht mehr durch die komm ich auch nicht mehr durch die komm ich auch nicht mehr durch die komm ich auch nicht mehr durch nice 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 wie kommen wir dann durch entweder so aber da ist bestimmt eh nix lass uns das mal hier lang laufen hier wenn wir natürlich da durch kommen hier gehts schon mal und hier gehts auch nice ne hier gehts auch nicht scheiße ok dann gibt es nur eine Möglichkeit hier geradeaus durch ist auch die letzte Möglichkeit sonst müssen wir alles wieder umswitchen da ist der Drecksack so das muss auf sein sonst in der Marsch ist nicht auf ok wir müssen hä es gibt keinen Ausweg ach ich musste niesen sorry es gibt keinen Ausweg das hatte ich zum Beispiel noch nie gehabt vielleicht ist es auch die Position die ich äh gespielt habe vielleicht habe ich das irgendwie beeinflusst deswegen hatte ich zum Beispiel diese Ausrüstung noch nicht gehabt hm ok dann heißt es ich muss nochmal gegen den kämpfen komm her so diese Position hatten wir schon gehabt ich müsste jetzt eine andere Position gewinnen mal gespannt ob ich den irgendwie verarschen kann was wenn ich aufstehe jetzt jetzt sind die ich glaube jetzt sind die die ah guck jetzt ist es gesperrt ok ha oh mein Gott das war aber knapp jetzt habe ich ihn jetzt habe ich ihn nice da habe ich das ciao Drecksack er hat mir nichts gebracht aber vielleicht sind jetzt andere Türen auf schau mal diese Tür vielleicht ja ja yes also je nachdem wie man die Steine legt gehen die Türen auf oder zu hier waren wir zum Beispiel gar nicht hier ist aber auch nichts leider naja hey was wie viele Monster sind hier noch ich laufe einfach mal weiter mit der Hoffnung dass die mich ignorieren ich will nämlich weiter looten weg mit euch gut ich war noch hier nicht da will ich hin auf die rechte Seite will ich hin komm bitte bitte sei auf yes das hier noch auf und dann bin ich happy und nein das hier auch nicht nein das hier da haben wir unsere Ausrüstung geholt ok vielleicht wenn wir weiter vorgehen boah das nervt das nervt hier war alles zu hier ist alles auf vielleicht hier komm schon nein ja Leute was soll ich sagen es macht eh keinen Sinn jemand muss da vorne sein und jemand muss wie gesagt hin und her laufen sonst geht es nicht aber diese Tür habe ich noch nicht auf gehabt vielleicht ist die jetzt auf aber ne ok ich würde sagen wir sind durch Leute macht das mit einem Freund mit einem Kumpel sprecht euch ab und dann kann einer looten der andere ist am Schach spielen so macht es auch Spaß Leute wir sind durch danke fürs Zuschauen chau chau